Die Bibel erzählt uns immer wieder, wie Gott zu uns steht. Wenn Gott unser Hirte ist zum Beispiel, wenn er wie ein Vater für uns sorgt, wenn er uns durch Jesus verspricht, kommt her zu mir alle, ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Dann dürfen wir uns getröstet und gehalten fühlen. Gottes Wort. Geschichten direkt aus dem Leben, in denen Jesus Menschen reint und sie voller Liebe ansieht. Diese Geschichten machen uns mut und fortfüllen, dass Gott auf uns heilt, in unserer Seele und auf unserem Körper. Gottes Wort ist wie ein Wegweiser, ein Leuchtturm, ein Stern in der Dunkelheit. Gottes Wort hilft uns, niemals aufzugehen und in diesem Trost und Heil zu finden. Deswegen sünden wir nun Rottnungswichter die Kraft von Gottes Wort, den Trost und den Heil, den es uns geben kann. Gottes Wort. Das war's. 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 Das war's.